Hier im Greenfield sind die Chef-Headbanger von den Headbanger. Aber was kann man überhaupt sonst noch alles headbangend machen? Zelt aufstellen ist schon alleine eine Herausforderung. Aber dazu noch den Kopf schütteln. Ich weiss, Duschen ist nicht für jedes Thema an einem Festival. Aber vielleicht headbangend. Wie sieht es eigentlich mit Kissen aus? I feel what I live in the end. Mistakes and memories are to remind. They serve me to remain. Wie kann man bei uns ein Bier posten? Und das Bier trinken. I want us to die. I want us to die. I want us to die. You and I. We want us to die. Funktioniert eigentlich Headbanger auch zu anderer Musik? Musik. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017